Obersorbisch ist eine westslawische Sprache, die in der Oberlausitz in der Gegend der Städte Bautzen, Kamenz und Hoyerswäder gesprochen wird. Obersorbisch ist verwandt mit Niedersorbisch, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch und Kaschubisch. Als slawische Sprache gehört Obersorbisch zu den indogermanischen Sprachen. Obersorbisch zählt zu den gemäß der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen offiziell anerkannten Minderheitensprachen in Deutschland. Im offiziellen Siedlungsgebiet in der Oberlausitz gibt es daher unter anderem zweisprachige Straßen- und Ortsschilder und staatliche Schulen mit Obersorbischer Unterrichtssprache Geschichte Eine einheitliche obersorbische Schriftsprache gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Zuvor bestanden eine katholische und eine evangelische Variante, die sich in Rechtschreibung, Grammatik und Vokabular teilweise unterschieden und von Geistlichen geprägt und kodiert worden waren. Dabei orientierte sich die katholische Variante in Bezug auf die Rechtschreibung R am tschechischen, die evangelische mehr am deutschen. Mit der sogenannten sorbischen Wiedergeburt wurde unter Führung der Mekke Kaserbska aus den beiden Schriftsprachen eine einzige, nicht-konfessionell gebundene, wichtige Wegbereiter für diesen Prozess waren unter anderem Jan Arnost Smoller, Michael Hornig und Handried Zeyler. Zu den Sprachverhältnissen der Gegenwart siehe den Artikel Sorbische Sprache Phonologie Konsonanten Die konsonantischen Phoneme des Obersorbischen sind wie folgt Die links stehenden Konsonanten sind stimmlos, die rechts stehenden stimmhaft. Die oben stehenden Konsonanten sind nicht erweicht, die unten stehenden sind erweicht. Im Obersorbischen kommen sowohl aus Lautverhärtung als auch aggressive Assimilation der Phonation vor. Depp wird ausgesprochen. Phubko-Vak-Susutku wird ausgesprochen. Punkt. Vokale Die vokalischen Phoneme sind wie folgt. Die links der Punkte stehenden Vokale sind ungerundet, die rechts stehenden gerundet. Wortakzent Der Hauptakzent liegt im Obersorbischen gewöhnlich auf der ersten Silbe, Zieder, Lastoika, Kusla, Polna, mit folgenden Ausnahmen. Bei einigen älteren Kompositer liegt die Betonung auf dem zweiten Bestandteil, Letztok, Vokumik. Neuere Lehnwörter auf Erovak und Ovak werden grundsätzlich vor dem Ovak betont, Reagovak, Gratulovak, Koperovak. Fremdwörter, die über die deutsche Sprache in das Obersorbische gelangt sind, werden vor dem ersten sorbischen Bestandteil betont. In Wortgruppen zieht die Präposition auf die Betonung auf sich. K-E-M-N-I-N-A-W-S-O-D-O-S-U-L-E-N-A-Z-A-R-O-T-S-E-N-A-P-O-L-E-S-T-A-T-E-P-E-A-B-E-T Das Obersorbische Alphabet basiert auf dem lateinischen Alphabet, ergänzt um folgende diakritische Zeichen- und Buchstabenkombinationen. C-C-D-Z-E-C-H-L-N-O-R-S-Z Nicht Teil des Alphabets sind Q, V und X, diese kommen nur in Fremdwörtern vor. Das Obersorbische Alphabet hat somit 34 Elemente. Beim alphabetischen Sortieren wird zwischen den Buchstaben N und N sowie zwischen O und O nicht unterschieden. So wird beispielsweise NOS-P-FOR-N-O-S-O-R-E-G-E-N-Sortiert. Wenn sich zwei Worte nur durch diese Buchstaben unterscheiden, wird auch hier die alphabetische Reihenfolge berücksichtigt. So etwa bei WON-WON-WON-N-O und R kommen nie am Wortanfang vor, deshalb sind die entsprechenden Großbuchstaben sehr selten und werden nur dann verwendet. Wenn das ganze Wort in Großbuchstaben geschrieben, wird Rost, Bratspieß, Grammatik. Obersorbisch ist eine flektierende Sprache, das heißt, die Deklinierung und Konjugierung erfolgt mittels Endungen und häufig auch kleinen Änderungen im Stamm. Es gibt mehrere Deklinationen und mehrere Konjugationen sowie zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Die Wortfolge ist relativ frei und ermöglicht stilistische Differenzierungen. Die sorbische Grammatik kennt drei grammatische Numerie, Singular, Dual und Plural, sowie vier grammatische Genera, männlich belebt, männlich unbelebt, weiblich und sächlich, Nomina. Die Nomina verfügen neben den Kategorien Numerus und Genuss über die Kategorie Kasus mit den sieben Fällen Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Instrumental, Lokativ und Vokativ, wobei der Vokativ in der Umgangssprache nur im Singular der männlich belebten Substantive vorkommt. Das grammatische Geschlecht der Nomina kann meist an der Wortendung erkannt werden. Männliche Nomina enden meist auf Konsonant, weibliche auf A und sächliche auf O oder E. Ein Artikel wird in der Regel nicht gebraucht. Deklinationsbeispiele im Singular werden die Nomina regelmäßig folgendermaßen gebildet. Der Vokativ als Fall der Anrede und des Anrufs hat nur in der Einzahl maskuliner Nomina vom Nominativ verschiedene Formen. Unterscheidet sich jedoch meistens durch die Intonation Adjektive. Bei Adjektiven gilt im Obersorbischen wie in den meisten slawischen Sprachen das Prinzip der Kongruenz. Also die formale Übereinstimmung mit dem determinierten Nomen, zum Beispiel Erjana Kniha, Erjani Stom und Erjane Wokno, Verben. Das Verbum verfügt neben den Kategorien Numerus und Genuss über die Kategorien von Aspekt und Tempus, Person und Modus. Die Aspekte werden teilweise durch unterschiedliche Flexionsuffixe, teilweise durch Präfixe ausgedrückt. In einigen wenigen Fällen auch durch zwei verschiedene Stämme, Dialekte. Das sorbische Sprachgebiet in der Oberlausitz ist historisch in mehrere Dialektzonen aufgeteilt. Die verschiedenen Dialekte unterscheiden sich dabei vor allem in der Aussprache, in geringerem Maße jedoch auch in Wortschatz und Grammatik. Der bis heute lebendigste sorbische Dialekt ist die katholische Variante des Obersorbischen, die in den Dörfern am Kloster Wasser gesprochen wird. Ein charakteristisches Merkmal ist die Realisierung des schriftsprachlichen Y als O. Weiter nördlich befinden sich unter anderem die Dialektgebiete von Nochten, Wachosi, Hoyersweda, Foyerisi und Schleife, Slepo, die als Grenzdialekte bezeichnet werden und eher dem Niedersorbischen nahe stehen. In den Dörfern um Bautzen und in der Stadt selbst wird der sogenannte Bautzener Dialekt gesprochen, welcher die wichtigste Grundlage für die obersorbische Schriftsprache bildete und sich daher nicht wesentlich von der heutigen Standardsprache unterscheidet. Als im 20. Jahrhundert ausgestorben gelten der Moskauer Dialekt, der Löbauer Dialekt und der vormals in und um Großpost Witzbude Stessi gesprochene sogenannte Bergdialekt. Die wenigen in diesen Regionen verbliebenen Sprecher nutzen heute die obersorbische Standardsprache. Jene Variante des Deutschen, die heute in den sprachlich assimilierten Dörfern des sorbischen Siedlungsgebietes gesprochen wird, bezeichnet man als Neulausitzer Mundart. Jene Variante des Deutschen, die heute in den Sprachlichsten, die heute in den Sprachlichsten,